Musik Sommer, Sonne, gute Laune, Fantastikradio Bei herrlichstem Wetter feierte Fantastikradio Hersfeld seinen dritten Geburtstag in der neu gestalteten Sommerkuhi-Bar. Von 14 Uhr bis in die späten Abendstunden wurde ausgelassen gefeiert. Angesteckt von der guten Laune gab auch Fantastikradio-Inhaber Jürgen Herberg die eine oder andere Einlage zum Besten. Musik Bestens aufgehoben waren alle Anwesenden bei Harry Gebro und seinem Team im neu gestalteten Ambiente der Sommerkuhi-Bar. Musik Ob jung, ob alt. Kein liest die Musik kalt. Musik Musik Hier ist die Zuckerberg-Bande. Auch genannt die Schukahelgen. Musik 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 Immer wieder trafen sich die unterschiedlichsten Generationen zum gemeinsamen Tanzen. Musik 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 Es ist für die Balkon Der Schwäfte Der Schwäf Bis zum nächsten Mal.